Herzlich Willkommen liebe Zuschauer zum Tipp der Woche. An der Börse ist es ungemütlich und da dann zu traden umso schwieriger. Deswegen haben wir uns entschieden auf einen relativ defensiven Basiswert zu gehen mit der RWE-Aktie. Der Versorger schaut in den letzten Wochen verhältnismäßig gut aus. Sehr hohe relative Stärke. Wir sind nahe an den Jahreshochs, hier knapp unterhalb von 42 Euro. Sie sehen es auch heute an dem schwierigen Handelstag notiert die Aktie im Plus. Am Donnerstag kommen die Zahlen und da wäre es natürlich perfekt, wenn wir aus dieser Range zwischen 38 und 42 ausbrechen. Wenn wir das oben ansetzen, dann sind wir hier oben im Bereich 45, 46 Euro. Wir blicken mal auf den langfristigen Chart der RWE-Aktie, um einfach mal zu schauen, wo kann die Reise hingehen und da sieht man, es ist da kein 10-Jahres-Hoch mehr. Also von daher, wenn wir da rausgehen, dann ist der nächste Bereich so um 45, 46 Euro und deswegen ein Long-Produkt, ein Turbo Bull von der HVB. Die HW0 LCF kostet 1,37 und wir legen den Stopp-Kurs bei 1,20 Euro. Vergangene Woche hatten wir Qualcomm im Angebot, nachdem das Unternehmen einen Milliardenauftrag von VW bekommen hatte für Chips, Halbleiter für das automatisierte Fahren. Ja klar, dass Qualcomm sich da hart getan hat in den letzten Tagen bei der Schwäche der Tech-Aktien. Es ist noch halbwegs glimpflich davon gegangen, die ganze Sache. Wir schauen mal gleich auf den Kurs, nachdem wir jetzt gesehen haben, dass die 200-Tage-Linie nicht überwunden werden konnte. Der Turbo Bull leicht im Minus. Wie gesagt, 28 Cent, um die 6,5 Prozent, die wir hier im Minus sind, also alles noch im Rahmen und immer noch die Chance vorhanden, da wieder rauszukommen. Wir brauchen natürlich positive Impulse, ganz klar. Das Thema Zinsen belastet natürlich die Tech-Aktien überproportional und von daher ist es schwierig, das Umfeld für Tech-Aktien, aber Qualcomm mittlerweile auf einem Niveau, wo man sagen kann, langfristig auf jeden Fall ein Kauf. Für Trader war natürlich schade, dass wir diesen Ausbruch über die 200-Tage-Linie nicht bestätigen konnten. Wir setzen den Stoppkurs oder haben den Stoppkurs bei 3,80 Euro gesetzt. Der ist noch relativ außer Reichweite, aber natürlich muss man da ein Auge drauf haben. Ich wünsche Ihnen beide gute Kurse, würde mich freuen, wenn wir uns in einer Woche wiedersehen. Bis dahin, machen Sie es gut.